Haha, YouTube. Hoffentlich die letzte Folge. Okay, warte mal. Nein, falsch. Falsch. Ach. Ich habe da jetzt ein neues Foto. Du musst David irgendwie helfen. Danke für diesen Hinweis. Jetzt kann ich ihn noch immer warnen. Aber das ist jetzt anders als vorher. Gar nichts. Okay, das heißt wir müssen weiter zurück wieder. Wieder zurück zu seinem ersten Gespräch. Vielleicht doch kein Foto. Niemand weiß, bitte. Warte, warte mal. Kann ich... Ja, ja. Also das Foto hat offensichtlich nichts gebraucht. Wasser? Äh, Entschuldigung, aber... Ah, jetzt steht der Wagen näher. Jetzt können wir den Wagen rüberstoßen, weil unser Fuß ist ja frei. Oder? Würd ich schon sagen. Können wir das irgendwie überspringen? Nein, geht nicht. Ich versuche... Diese letzte Dose wird nicht wehren. Okay, warte. David, schau mal! Wie? Wie? Wie heroes? Wie? Okay, das heißt, noch einmal zurück. Ja, das tun wir ja schon die ganze Zeit. Ah, hallo? Oh, Christ! David Madsen, du bist ein schlusser Mann! Also, nicht mich schuldig! Also, Wasser war auf jeden Fall das Richtige. Nein, das war's auch nicht. Okay, noch einmal zurück. Ey, warte mal! Ich habe gesagt, er soll es für's nutzen. Ach Gott. Ich bin zu langsam für dieses Spiel. Ah, warte mal, da ist auch noch ein Kabel, sehe ich gerade. Ja, Sir! Okay. Wir waren einfach, äh... Äh, wir haben's geschafft! Busser! Oh, Max! Oh Gott! Haben Sie auch irgendwas geschrieben? Aufrufe! 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 Es sind bewuscht! Was ist schlimmer als das Gefängnis? Jetzt ist es. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Es ist. Und alles! Und alles! Inklubring all meine Fotos! Tja... Warren! Ja! Ja! Ich kann das Bild von uns benutzen, die er von uns genommen hat. Tja! Kein Signal! Danke, Herr Jefferson. Aber du willst uns noch nicht mehr. in die Zukunft, äh, in die Vergangenheit zurückreisen. Max. Ich bin sorry, dass du hier warst. Ich hätte besser draußen gehen und kenne Warren. Oh, bitte antworten! Was? Äh, ja. Warte mal, Max. Also, wo ist Chloe? David... Chloe ist... ...de... ...de... Das ist nicht passiert. Vielleicht war es ein Fehler. Jetzt bringt er sicher den Jefferson um. Oh, Gott. Nicht Chloe. Max, bist du sicher? Ja, ich... Ich sah sie. Ich sah einen... ...Jefferson-Killer in der Trunkyard. Letzte Nacht... Letzte Nacht? Als ich so nahe war, um die Wahrheit zu finden. Ich versuchte Joyce, dass ich sie und Chloe schützen würde. Wie kann ich sie und das erklären können? Er schießt sich selbst. Ich habe niemals gesagt Chloe, dass ich... ...ich... 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 Nein, er schießt in Jefferson. Du hast meine Frau's Kind, du schuldige Scheiße! Und du hast meine Stepdaughter weggebracht! David, warte! Ja, er schießt hin. Ich wusste es. Andererseits ist es egal. Wir wollen sowieso in die Vergangenheit zurückreisen. Wir können es auch lassen. Max... Ich bin sorry. Ich bin sorry, dass du das gesehen hast. Ja, wir haben ja schon so viele Tote gesehen, die nachher wieder gelebt haben. Eine gute Frage. All die Zeit, die ich mit Überzeugung verbraucht habe... Chloe... Oh, ich bin sorry. Joyce... Ich habe dich verloren. Er bringt sich jetzt noch selber auch um. Meine Familie. Du hast nicht verloren. Du hast dein Bestes gemacht. Max... ...ich... ...ich besser raus gehen. Nein, er bringt sich nicht um. David... ...dank dir... ...dass mich beschädigen. Warum bringen die sich alle gegenseitig um? Das ist wie so ein... ...eine... ...horrorshow. Was? Das ist schrecklich. Ja, ganz offensichtlich. Jetzt soll er sich wenigstens selber auch noch erschießen. Du bist nur einer davon? Ja, genau. Das hast du jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Nimm es dir mit, diese Spritzer. Nimm es mit. Vielleicht brauchst du es noch. Oh... Ich will burnen alle diese Fotos. Ich liebe mich zu sehen. Verdammt. Jefferson hat alles geöffnet. Jetzt die einzige Fotos, die ich kann bekommen, ist die 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 Warren hat. Es wird ja wohl noch ein paar mehr Fotos von dir geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur so wenig Fotos gibt. Wer? Was soll ich machen? Naja... Was sollen wir machen? Nein, ich muss nicht. Wir haben die Worte nicht. Er ist geflohen. Freiheit! Holy shit! Dieser Sturm ist echt. Ich muss ihn finden. Wir könnten auch akzeptieren, dass Chloe stirbt. Sie ist jetzt schon nie oft gestorben. Hörst du mich? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Du hast die Fotos, die du letzte Nacht in der Parking-Laut hast. Ja, aber warum? Es war nicht so großartig. Ja, es ist. Und ich will es. Wo bist du? Ich bin bei der Two Whales Diner. Ich bin in der Two Whales Diner. Ich bin ziemlich trage in hier mit Joyce, die in diese Armageddon ist. Ich expecte den Ozen zu schmerzen. Ich bin auf die Wand. Ich bin auf meine Weg. Komm schon, das ist verrückt. Du kannst nicht mehr auf der Seite gehen. Ehrlich gesagt, Max. Steht, woher du bist. Ich hoffe, dass die Sturme noch kleiner werden. Es ist okay. Es ist okay. Ich auch. Aber es ist noch nicht vorbei, Warren. Also warte mal. Du könntest warten, bis der Steiner weggespült wird. Wenn es weggespült ist, kannst du nichts mehr ändern. Dann haben wir endlich dieses Spiel beendet. Das ist eine gute Idee. Oh mein Gott. Amerikaner. Du hast eine neue Messung. Die Messung wurde gestern am 9.00 Uhr. Max, es ist Nathan. Ich wollte nur sagen, dass ich mich entschuldige. Ich wollte keine Kate oder Rachel zu schmerzen. Ich wollte niemanden zu schmerzen. Jeder ist... Ja, ja. Jetzt tut sie so, als wäre der Nathan so nett. Herr Jefferson, er kommt von mir jetzt. Von wegen. Es wird bald vorbei. Schau mal, Max. Er will dich zu schmerzen. Sorry. Ja. Das hättest du uns vielleicht früher schicken sollen. Toll. Oder wir hätten früher vielleicht die Nachricht werden sollen. Weiß ich nicht. Mhm. He. Hat sie einen Unfall? ganz offensichtlich ist hier etwas kaputt gegangen, da geht es nicht mehr durch mit dem Auto, falls du das bemerkt hast, sie hat es bemerkt. Hey, schau ein Tornado, ein ganz ein kleiner. Ich glaube nicht, dass wenn man sich auf den Boden legt, man da noch viel machen könnte. Wie schon gesagt, ein Keller. Kann ich nicht laufen in diesem Spiel, irgendwie kann man sicher laufen. Ah, falsche Taste, schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wie man in diesem Spiel läuft. Wo ist denn der Steiner? Ist das irgendwer? Hey, das ist ein Fisch, mitten an Land. Ich bin bei Eis sogar. Sogar kein Fisch. Hey, da ist ein Engang. Oh, ich habe es gefunden. Ist das das deiner? Offensichtlich nicht. Hey, da ist ein Flyer. Warum? Weil Baseball langweilig ist. Wahrscheinlich. Äh, das heißt, wie komme ich hier wieder raus? Nein. Jungs, Fusebox. Ah. Er ist tot. Er macht er indreser. Okay, wir machen was anderes. Wir müssen den Fischer wegbringen von dort zuerst. Okay, Dosen. Können wir diese Dosen aufheben? Da ist der Flyer. Da ist der Sprinkler. Warum braucht der Sprinkler einen Stromkreis? Normalerweise sind die so gemacht, dass sie ohne Strom funktionieren. Okay, ich finde das super. Wir haben Zeit, um Zeitung zu lesen nebenbei. Wir brauchen... ...irgendwie... ...diesen Typen. Okay, wie kommen wir zu dem Typen? Kommen wir da hinten dazu? Nein. Weil, da brauchen wir den Sprinkler dazu. Wenn wir aber den Verteilerkasten aufdrehen, dann bringen wir ihn um. Schauen wir uns nochmal an, wie er stirbt. Oh nein. Wir haben ihn umgebracht. Andererseits ist es uns wurscht. Wir dringen die Zeit sowieso wieder zurück. Klatsch! Okay, die AP ist ziemlich zerstört, hm? Hey, wir haben das Vales gefunden. Das Diner. Können wir weitergehen? Wir müssen zu unserem Foto. So. Okay. Offensichtlich muss ich irgendwas ändern. Dann. Wir gehen wieder Zeit zurück. Wir können da nicht rein. Interessant. Okay. Oder hinten rein. Die Zeit vergeht aber schnell. Ah ja. Mess. Was? Was ist... Ah! Dieses Feuer! I see. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Na dann. Na dann. Komm mal, Matt! Stopp! Das Feuer! Okay. Nochmal zurück. Irgendwie müssen wir das... unterbrechen. Ist da irgendwas zu unterbrechen? Wo kommt das Feuer denn her? Von der hinten? Anders? Na? Vor dem da einer liegt. Okay, cool. Und... Und... Rote Säcke? Wo sind da rote Säcke? Ach, da ist Sand. Ja, wir sind großartig. Es ist irgendwie einfach, wenn man immer wieder zurückdrehen kann. Da ist Zeitung. Ist das wichtig? Ich hoffe nicht. Hey, das ist eine Obdachlose. Das ist eine Frau. Sie scheint tot zu sein. Oh no. Ich habe sie gehört. Ich sollte sie bemerkt haben. Ich habe noch nie gesagt, ihr Name. Das ist so so ein bisschen. Ja, bist du wirklich? Natürlich nicht. Wir werden weggeweht. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Ich versuche. Ja, ja. Das ist ein bisschen zu sagen. Das ist ein bisschen zu sagen. Ich habe ihn, Julia. Ich habe ihn. Äh. So, okay. Na dann. Geh mal ins Dino. Hey, Frank ist auch da. Sie hätte mit ihm ausgehen sollen. Wenn sie mit ihm ausgegangen wäre, wäre das alles nicht passiert. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß. Okay. Geh mal ins Dino. Ich muss zurück zu diesem Mann auf dem Boden kommen. Lauren hat alle die ersten Aide gesammelt. Es ist nicht viel, Joyce. Aber das ist alles, was wir haben. Bist du okay, Lauren? Wie in der Hölle habe ich all diese Warnungen ignoriert, Max? Die Schnee? Die Eklipse? Es ist nichts, was du über das tun kannst, Warren. Ich bin so dumm. Ich sollte es sehen, dass es kommen wird. Hat er einen Huhn auf seinem T-Shirt? Was heißt safe hier? Hast du diesen Dings gesehen? Okay. Ich schaue mal jetzt zuerst den Frank an. Einfach weil er cool ist. Klar. Nein. Nein. Ich wünsche Frank war auf unserer Team. Er ist nicht ein schlechter Mann. Was? Er verkauft Drogen an andere Menschen. Komm mal, Max. Lass uns hier reden. Und... give Frank ein Rest im Raum. Ja, eigentlich wollte ich mit dem Frank reden. Wie geht's dir? Nur, als ich denke, dass ich bereits durch den Ring. Wo ist Chloe? Ha! Ah! Da ist keine Wahrheit dabei. Okay. Okay. Ich will sie finden. Nein, nicht in diesem Sturm. Du wirst nicht. Und du gehst nicht raus, Max. Ich muss nur gebeten, dass Chloe... ... und David... ... ich werde jemanden sicher sein. Sie hat mit dem Raum-Zeit-Kontinuum gespielt. Wahrscheinlich ist sie schon schuld daran. Das Raum-Zeit-Kontinuum will jetzt Arcadia Bay mitnehmen. Ich will eine Erfahrung unter seinem Bein. Ich hoffe, dass er es nicht kennt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alles, was passiert mit uns ist die perfekte Sturm für Arcadia Bay. Ich will nur... ... unsere Leben wieder normal sein. Mit dem ganzen Scheiss, ich glaube, dass du richtig bist. Und du schaust mich, versuchen, zu damit meine Familie zusammen. Wieder. Ja. Mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich hätte nicht mit dir sprechen sollen. Äh, den braucht dich. Er macht es über dich. Es ist so offensichtlich, dass er dich in seinem Leben braucht. Er ist besser. Wie gesagt. Die Leute sehen nicht immer den realen David Manson. Ich hoffe, dass Chloe etwas macht. Vielleicht, wer weiß. Falls wir sie wieder zum Leben bringen. Zum 312 Mal. Ach. So. Springen wir mit dem Frank auch noch mal kurz. Einfach, weil es funktioniert. Okay, Max. Entschuldigung, während ich diesen anderen Mann helfen werde. Frank. Ich bin sehr glücklich, dass du hier bist. Bist du okay? Was? Besonders dieser Tornado, das Hohle in meinen Legen. Nicht zu sagen, dass ich auf dem Boden sterbe. Und du bist die letzte Person, die ich gesehen habe. Weißt du was? Ich bin cool. Oh, Jesus. Und ich habe das lief, Chloe. Und du hast nicht Rachel. Das ist die einzige coole Person in diesem ganzen blöden Spiel. Oh, Frank. Ich weiß nicht, wie ich das sagen würde. Also... Ich werde nur... Rachel ist tot. F*** dich, Max. Nein. Keine Ahnung. Sie hat die Stadt verlassen. Sie ist weg. Wie wissen Sie? Wie? Wie? All of our clues leden uns zu meinem Professor... Mark Jefferson. Er hatte diese creepy-foto-torture-chamber. Und... Wir haben herausgefunden, dass er den Nathan Prescott um zu fotografieren und zu fotografieren, Blackwell-Studien. Prescott? F***! F***, ich wusste es! Ich hätte nie mit diesem sicko Puck. Pompidou hat ihn. Pompidou ist wahrscheinlich der Hund. Pompidou ist wahrscheinlich der Hund. Pompidou ist wahrscheinlich der Hund. Jep. Wir sagen die Wahrheit. Immer die Wahrheit. Ja. Ich wünsche, dass ich es nicht getan habe. Ich bin so, so, so sorry, Ray. Nathan wollte Jefferson impressen und er... ... sie hat ihn verletzt. Hm. Wie hat er ihn verletzt? Überdosis? Spielt keine Rolle. Ha! Wir könnten Überdosis sagen, dann ist er schuld. Hahaha. Wir machen ihm ein schlechtes Gewissen. Es ist egal. Sie verdreht jetzt ihre Frieden. Wo ist dieser motherfucker Jefferson? Er ist tot. Er wird noch niemanden verletzt. Rachel. Oh Gott. Sie war eine gute Sache in meinem Leben, Max. Ich weiß, dass sie zu jung war. Ich erwarte, dass sie mich verlassen hat. Das ist nicht so, wie es passiert. Das könnte eine Star Trek Folge sein. Er ist tot, Frank. Sie ist tot, Frank. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat. Ich sage einfach das. Ich höre schon lange nicht mehr zu von dem, was sie sagen. Ich weiß, dass sie Chloe und sie waren sehr nahe. Ich war sehr stolz. Aber... Ich weiß, warum Rachel Duggar sie hat. Und Chloe war ein Mann genug, für mich für Hilfe, nach all der blöden wir durch. Chloe würde das empfehlen. Was war das mit dem Gespräch? Danke. Warum habe ich dieses Gespräch jetzt geführt? Hey, lass uns die Jukebox bedienen. Hey, da ist der Hund. Der dicke, fette Hund. Der uns angekläfft hat. Wir können ihn ansehen. Wir können nicht mit ihm sprechen. Hey, da ist der Hund. Wir können nicht mit ihm sprechen. Ich brauche ein Foto. Jetzt. Ich kann dich küssen, bevor du ihm das Foto abnimmst. Ich weiß, dass du sicher bist. Und... Ich weiß, dass du dich ausfüllen kannst. Nach Nathan. Du solltest du das lange Zeit gemacht haben. Aber... Max. Ich kann nicht glauben, dass du hier in der Mitte des E6-Tornado ist. Nur für eine Fotografie? Ich meine... Ich weiß, dass du nicht gekommen bist. Warren. Ich bin für alle von dir. Und nur sag mir, dass du die Fotografie hast. Ich will nur... Was? Ob es bei mir auch wackelt? Ja, bei mir wackelt es auch. Manchmal. Immer wenn sie sich bewegen. Pfff. Du mit mir so farb? Ach. Wie könnte ich sein? Wie könnte ich sein? Ja, bei mir wackelt es auch. Ich hoffe, wir müssen uns das jetzt noch anhören. Ach. Ich hoffe, wir müssen uns das jetzt noch anhören. Ich muss zurück in die Zeit. Jefferson hat bereits... ...killt Chloe. Ich lasse das nicht. Ich muss etwas machen, Warren. Max? Max? Zeit zurück in die Zeit ist das, was der Wind hat. Oh, weil... weil ich... Warum? Ich bin ein realer Wissenschaftler. Auch wenn ich in der Schule spielen habe, aber... das ist eine pure cause und effect. Vielleicht Chaos-Teorie. Was ist mit Jefferson? Was ist das mit Jefferson? Was... Du... hast du Angst? Du... Er hat Nathan benutzt, um Drugs und Geld für ihn zu bekommen. Jefferson hat mich abgemacht und... ...doste mich mit einer Drugs und... ...zuchte Fotos von mir. Das ist so verrückt. Ja... Ja... Max... Ich bin so entschuldig, dass ich all das machen würde. Du bist der wütendste Person, den ich noch kennengelernt habe. Du weißt... Ich will diesen Mann zu töten! Naja, zu spät. Schon passiert. Wo ist er? Tod. Geschichte. Das muss ich schnell verändern, um es wieder richtig zu machen. Ist das schlecht? Nein... In der Reaktion... Es gibt... Es gibt eine Reaktion. Wenn du die Reaktion hast, oder... ...eine Zeit hast, vielleicht hast du eine Reaktion. Auch in der Umgebung. Ich bin mein Freund, Warren. Du glaubst mir, nicht? Ich bin... ...ich habe ich noch jemanden gesagt, ...kloey und... ...und sie jetzt nicht helfen können. Ich weiß, dass ich ein Mann zu sein kann. Und du mich immer wie ein Mensch. Nicht... Ich bin ein Beter-Nerd. Ich... Ich hab dir gesagt, ich bin immer noch nicht. Ich bin einfach, dass ich meine Macht für miche sein kann. Ich bin einfach, dass ich meine Macht vertrauef sein kann. Ich glaube, wir wissen, ob es magisch ist oder ein Wissenschaft ist. Ich brauche Wasser. Oder Alkohol. Wasser, 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 Wasser. Ja, weil ich das Bild sehe. Das ist das letzte Bild, das noch existiert. Vielleicht kann ich das auch noch zerstören. Ich bin so stolz von dir, Max. Wie könnte es mehr wichtige Momenten in der Geschichte sein? Ich bin in der Mitte mit dir. Also danke dir, dass du mich vertraust hast. Danke, dass du hier bist. Sempre. Hey. Okay. Oh, wir können ihn umarmen. Wir sind so fies. Wir hätten ihn küssen können. Ich weiß. Ich hasse diesen Warren. Nie im Eis wieder von mir geküsst werden. Ja. Friends forever. Oh, das ist fies. Es ist schon scharf. Können wir bitte das scharfe Foto so lassen? Ich hasse dieses Scharfstellen. Das ist ganz schrecklich. Action. Ah, das war bei der Party, nicht wahr? Wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Komm mal, Max. Ach. Chloe. Jesus, Mann. Was ist mit dir passiert? Ich bin einfach glücklich, dass wir hier zusammen sind. Ich glaube, dass du zu sprechen musst. Keine Worte. Es ist alles gut. Ich bin froh, dass du mit mir auch bist. Was ist passiert, Max? Wir müssen Nathan finden jetzt. Ich bin sorry, Warren. Ich bin froh. Jetzt. Chloe, warte. Hör. Ich kann gehen und hör, okay? Hör und hör auf einmal. Okay, Max. Ich höre. Chloe. Du kannst nicht in diese Party gehen. Du kannst... Du kannst nicht sterben, wenn du das machst. Du hast deine Macht, richtig? Und du kannst mit Zeit und ich sterben. Nicht so. Du solltest mich aufstehen. Du kannst mich aufstehen. Also, keine Chance, dass dieser Punk-ass-bisch, Nathan Prescott, mich aufstehen. Du bist richtig. Du kannst nicht. Mark Jefferson hat dich. Und andere. Jefferson? The Art Teacher? Das ist Scheiße. Nathan ist der fucking Serial-Killer. Wir sehen uns die Probe. Entschuldige mich. Ich gehe in diese Party, um sicher, dass er niemand wieder wieder tut. Du kommst? Was ist das? Nathan ist tot. Und du bist in Gefängnis. Du bist in Gefängnis. Das Kerl ist bereits tot. Wie wirst du das? Weil ich da war. Bitte sagst mir genau was passiert. Bitte. Jefferson hat Rachel und ein paar andere Mädchen. Er hat auch Nathan manipuliert. Und... Er hat ihn töten. Und es ist jetzt Jefferson's turn zu sterben. Ich verstehe, warum du das nicht willst. Und ich will dich nicht schweben, wenn du nicht mit mir gekommen bist. Chloe! Stopp! Stopp! Ich glaube, Nathan ist tot ist schon richtig. Nathan ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Und du bist in Gefängnis. Und du bist in Gefängnis. Und du bist in Gefängnis. Du bist bist genau wie passiert. Du bist genau wie passiert. Ich werde mich mit dir erzählen. Du bist genau wie passiert. So. Ich bin tot. Du könntest dir sagen, wie oft du ihr Leben schon gerätet hast. Nein. Nein. Äh, wir können nichts sagen. Das ist gut. Wir haben alles vermasselt. Ich habe mich verletzt, Chloe. Ich wollte Dinge richtig machen, aber alles ist falsch. Max, was du überhaupt nicht sagen? Ich konnte zurück in Zeit zurück, bis zum letzten Tag, dass William alive war. Ich habe ihn verletzt, aber... Aber du kamst du in ein Auto in Ordnung. Du sahst meinen Vater wieder? Du... Du bist komplett verletzt. Und du warst in Angst. Du warst in Angst. Du warst lentig zu sterben. Und du... Du hast mich... ... zu enden deine Leben. Chloe... ...ich konnte das nicht machen. Ich musste zurück in dieser Zeit. Ich musste dich wiedersehen. Ich musste... Ja, ja, ja. Du hast alles kaputt gemacht. Du musst mich verletzen. Natürlich mache ich. Aber du denkst, dass ich überhaupt nicht wissen würde, wie ich diese Situation behandle? Niemand würde. Die wichtigste Sache ist, dass wir wieder zusammen sind. Du bist richtig. Das ist... Das ist warum du mit mir mitkommen solltest. Damit wir zusammenbleiben. Und... ...bleiben. Ich höre dich, Max, aber... Nein, natürlich nicht. Oh. Ich habe genau das gleiche gesagt, wie das Ding gesagt hat. Right? Ist das, warum du ihn aufhörst? Weil du denkst, dass er uns helfen kann? Wirklich? Oh. Oh. Schon wieder falsch. Aaaaah. Ah. Was soll ich jetzt getan? Chloe weiß, dass ich diese Macht habe. Sie muss mich jetzt glauben. Okay. Wir müssen bis zum Punkt zur Wöbel. Muss ich mir dieses Gespräch nochmal anführen? Ah, ja. Okay, warte mal. Nathan ist tot war die richtige Antwort eins. So, dann das. Das war doch richtig. Oh. Oh. Nein. Warte. Alternative Realitäten? Ich habe es vermattelt. Ich glaube das war auch richtig. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, ja, ja. Ich bin bereit. Also bin ich wieder. Du... Ja. Fürchterlich. Ah, fürchterlich. Chloe... Gott, Max. Es war für dich weh. Natürlich mache ich es. Du bist richtig. Ich höre dich, Max. Natürlich nicht. Ja. Ist das... So. Hier muss ich jetzt was anderes nehmen. David sorgt sich um dich. Das glaubt sie mir nie. Nein, dann müssen wir das Ohr nehmen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte mich nicht mehr erinnern. Ich sollte dich nicht mehr erinnern. Ich bin sehr dankbar, dass David da war. Wie ist dein Plan? Ich erzähle ihm alles. Ich bin, dass Victoria in Gefahr. Okay. Du hast da so viel. Ich glaube, Max. Nachher. 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 Ich bin weiterhin dein Vertrauen. Ja. Du bist. Also hörst du. In ein paar Minuten. Ich werde nicht wissen, ob das alles passiert. Nichts. Wir müssen absoluten in deinem Haus bleiben und nichts machen. Dann erzählst wir alles zu David. Und wir endlich lassen ihm seine Arbeit machen. Du musst mir erzählen, was ich gemacht habe. Du musst dir erzählen mir genau, was ich gemacht habe. Nur erzählen, dass ich durch die Zeit durchgeführt habe, benutzt das Bild. Du glaubst mir? Ich werde immer in dir glauben, Chloe. Yay. Wir haben die Welt gerettet. Erneut. Wir haben die Welt gerettet. Erneut. Hey. Da ist ein... Da ist ein wirklich großer Tornado. Oh. Chloe. Ich sehe, dass der wirklich Max ist zurück. Also, wie war dein Zeitpunkt, Mann? Shut up. Oh. Du bist alive. Du bist alive. Oh. Both of us. Ich habe so viel gemacht für dich zurück, Chloe. Es funktioniert. Es funktioniert. Du bist gut. Du bist gut. Es sieht aus, dass auch die Zeit nicht wollen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. die Königin von Marcai und Ebay. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Waren küssen sollen, dann wäre das jetzt alles nicht passiert. Du musst, wie großartig du bist. Vielleicht habe ich es selbstbewusst. Oder so. Bist du schon sehr gelangweilt, King? Mein Moderator für heute. Sie passt auf den wahnwitzigen... Sie passt auf sich selbst auf. Oh. Oh. Du bist sehr... Wir sind alle, die uns zusammengekommen sind. In diesem exakt Moment in der Geschichte. Oh. Du bist sehr... ...hier. 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 Das hat ihn sicher getroffen. Wir sind alle, die wir sind. Jetzt erzähl mir alles, was passiert. Du, du erinnerst, oder? Na, wir... ...hier. Wir haben die Party gelegt und haben sicher, dass Jefferson uns nicht finden konnte. Für einmal war ich glücklich, dass ich in einer eigentlichen Fortress lebte. Dann wurde der Sturm hella verrückt und du sagst, dass wir uns sicher sein würden. Chloe, schau. Der Sturm ist jetzt größer geworden. Es kommt näher. Ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich ist. Das passiert wegen mir. Stopp. Stopp. Okay? Wir haben beide unsere Diener gebeten. Oh Gott, schau dir das. Schau dir das. Schau dir das. Wer weiß. Ob ich noch eine letzte Aufnahme auf YouTube machen soll? Ob das jetzt aufhören soll? Oder... Ah, falsch. Es wird einfach keine Monsteraufnahme. Okay. Chloe... Ich habe ihr zurück, Max. Woah. Alfred Hitchcock hat den Film genannt, Little Pieces of Time. Ich bin zurück in der Klasse. Was zur Hölle? Muss ich das Spiel jetzt nochmal spielen? Muss ich das Spiel jetzt nochmal spielen? Muss ich das Spiel jetzt nochmal spielen? Wir können dann nochmal die... Ich bin aufhören. Ich bin aufhören. Ich bin aufhören. Ich bin aufhören. Bueller? Dianne Arbis. Bleib ruhig. Und nicht aufhören. Warum Arbis? Noch nicht. Es ist wegen ihrer Bildung von glücklichsten Gesichtern. Du fühlst mich total aufhören aus den Augen der kleinen Müttern und Kinder. Sie sahen, dass die Menschheit getötet wurde, oder? Und ehrlich gesagt, das ist scheiße. Sch, 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 sch. Sch, sch, sch. Sch, sch, sch. Sch, sch, sch. Sch, sch. Sch, sch. Was? Kumpel da im Hintergrund? Ah. Warte mal. Hey, da ist ein Blutfleck. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Rachel Amber Forever. Ich setze das vorher auch schon da. Oh, das ist zu creepy. Nein. Das nennt man Albtraum. Okay, Albträume sind dazu da, um creepy zu sein. Oh, das ist zu creepy. Das nennt man Albtraum. Okay, Albträume sind dazu da, um creepy zu sein. Okay. 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 Das ist so richtig. Ich werde nicht die Verkaufung machen. Ich werde nicht. Every day zeroes. There's no way I'm saying that. No way. I like to think of it as our Dark Realm. It's the only place I truly feel safe and protected from the storm. Of course, Max. I can capture you over and over. You can be my model for life. And death. We are going to be so happy together in the dark. Just make sure you stay pure. I won't like it if you get dirty like Rachel. Or Chloe. This can't be real. I don't believe it. Ooh, we are in the dormitory. Not at school. Who is she? This is... Kate. Who is for herself? I am so happy. Hey Kate. Matt. How could you let me jump off a roof? You are the only person I trusted here. But you never really listened to me. Now I'm never going to heaven. Instead you've stuck me in hell. Alone forever. No. Kate. I was only trying to save you. It's just a dream. It's just a dream. Yeah. Because you were too afraid. Well, let's go back. nach. Stella. Juliet. Taylor. Kate. Ist das wichtig? Hat man die Karte schon vorher mal sehen können? Chloe is over 33. Wie? Okay. Hey. Ich glaube wir müssen in die richtige Tür gehen. Könnte das sein? Ich nehme mal an, wir müssen in unser Zimmer. Unser Zimmer ist das vorletzte hier. Das war etwas. Blablabla. Blablabla. Gibt's was zum sehen? Nein. Ich glaube, wir müssen in die richtige Tür gehen. Okay, da ist unser Zimmer. Unser Zimmer war es auch nicht. Warte mal. So, 219 wäre unser Zimmer gewesen. Victoria, wir sollen die Victoria retten, haben wir gesagt. Na gut, dann gehen wir in Victorias Zimmer. Nein, nicht 219, das ist Kates Zimmer. Nein, nicht Victorias Zimmer. Vielleicht bin ich vorhin nicht in Kates Zimmer gegangen. Versuchen wir es mit Kates Zimmer. Nochmal, nein, das ist Kates Zimmer, oder? Wir sollen nicht in Kates Zimmer gehen. Das Halle nicht endet. Ich hätte besser etwas finden können. Ja, wir waren in Victorias Zimmer, in Kates Zimmer, in Max Zimmer. Wir könnten natürlich noch die anderen auch machen. Ich weiß nicht genau, was es bringen soll, aber... Ja, es ist ein Albtraum. Wir könnten mal da gehen. Hey, das ist ein Schlüssel. Den nehmen wir doch gerade. 218. Finde ich gut. Schau es. 219 war unseres. Das heißt, 218 muss weiter hinten noch sein, oder? Ist das 218? Ne. 220. Ah, warte mal, das muss dann vor unserem Zimmer sein. Das heißt, das muss 218 sein. Gefunden. Ja dann. Huch. Ich schaue jetzt anders aus. Der Boden schaut auch anders aus. Finde ich gut. Das ist noch immer gleich. Oder? Nein, ist es nicht. Da ist jetzt leider Lee und Tara Garcia. Dana Ward, Kelly Davis. Rachel Amber. Hey. Wir haben Rachel Ambers Zimmer gefunden. Angel. Ich habe mich gerade in Victoria verwandelt. Ich bin jetzt in Victoria und noch immer in diesem Team. Ich bin jetzt in Victoria. Okay. Hey, wir sind wieder ich. Jetzt sind da ein Haufen Fotos. Das hat jetzt nicht wirklich viel verändert, oder? Vielleicht können wir jetzt No Boys Allowed. Mal schauen. Das sind die viel zu viele Kerzen. Hey, da sind Eichhörnchen. Wir können ein Foto davon machen. Echt jetzt? Selbst in unserer Almträume machen wir Fotos. Hey, wir haben eine Unwissenschaft freigeschalten. Wir haben Fotos gemacht von Eichhörnchen. Okay, versuchen wir es jetzt in unser Zimmer. Oder in Cates Zimmer, wer weiß. Hey, wir haben es rausgeschafft. Sie gehen alle rückwärts. Okay. 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 Hallo? Können wir bitte weggehen von hier? Echt? Jetzt spielen wir wieder Musik? Hallo? Können wir von hier weg gehen? Ich würde das gerne überspringen. Das ist die erste Sequenz. Okay, jetzt gehts alles rückwärts. Jetzt kommen wir aus dem wieder raus. Wenn wir so hören, können wir uns das Ganze richtig anhören. Das war das, was die Alissa gesagt hat. Okay. Okay. Und wir können noch reden. Hey. Okay. Folgen wir dem Reh. Das klingt gut. Hey, wir sind wieder in der Galerie. Nein, nein, doch nicht. Wir sind hier. Ja doch, wir sind in der Galerie, nicht im Pool. Jefferson kommt wieder nach mir. Max. Nein. Du warst so pur und so innocent. Jetzt musst du sterben. Haben wir das? Ah, mit Umschalten kann man schneller laufen. Was ist Umschalten? Bitte verstehe, Max. Der einzige Ort, wo ich sein kann, ist in der Schmerz. Max. Okay. Max! Du warst so pure und so innocent. Jetzt musst du sterben. Okay. Du verstehst, Max. Du verstehst, Max. Der einzige Ort, wo ich sein kann, meine Schmerz zu sein, ist in der Schmerz. Max! Ja. Geh wieder weg. Okay. Finde ich nicht gut. Und die kommen hier wieder raus. Und die kommen wieder raus? So nicht. Ja auch nicht. Ich hasse das. Okay. 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 Ich habe mich nicht. Aber wieder raus. Ja, ich sehe dichador. So. Dark Room, Dark Room, Dark Room. Finde ich gut. In welcher Richtung sollen wir gehen? Richtung Dark Room? Oder Richtung Dark Room? Jaaaa… Er versucht uns. Jetzt! Jetzt sehen wir ihn bald. Ok. I'll take you for a ride. Get in the car! Stop! Get in the car! Max! Ach Gott. Get in the car! Okay, wir müssen da rüber rufen während der Garten nichts hinschaut. Max, I know you're in here. You can run, but you can't hide from your white knife. Give it up! Okay, wieso müssen wir von ihm weglaufen? Sagt mir das jemand? Warte mal, vor dem müssen wir auch weglaufen. Okay, ja, ja. Max! Rewind, jetzt! Wir sind in diesem dunklen Raum zusammen. Warte, Max. Ach Gott. Wir sind in diesem dunklen Raum zusammen. Man, wir sind hauert. Ich wusste, dass ich diese Hochschulung in Victoria gegeben hätte, statt Max. Hättest du das? Ja, es hätte dir geholfen. Dann wäre ich nicht dort. Dann müsste ich jetzt nicht durch diesen blöden Albtraum reinen. Okay. So, wir sind am Schottplatz. Hey, das war schon nicht der Frank. Okay, ich habe wieder einen Schottplatz. Ich habe wieder einen Schottplatz. Ich habe wieder einen Schottplatz. Ach, wir stehen zu nah dran. Ja, eine gute Frage. Das frage ich mich auch. Ach. Ach. Ah. Okay, das sieht mich nicht offensichtlich. Da ist eine Flasche. Ja. Geh schon weg. Ach Gott, bitte. Okay, schau doch bitte wieder weg. So, wer hat mich jetzt gesehen? Der von vorne oder der von hinten? Hey. Rachel, du siehst nur wie ein Zombie-Modell in der Erde. Okay, ist das Pause im Platz? Oh, da ist eine Flasche gleich neben mir. Wie viele Flaschen brauchen wir? Ja. Okay. So, okay, gut, 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 gut. Hey, da ist der Leuchtturm. Müssen wir zum Leuchtturm? Ja. 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 Was? Wir müssen nochmal zurück, um die restlichen Flaschen zu finden. Das ist hoffentlich nicht dir ernst. Ich habe sie gefunden. Vier brauchen wir. Vier brauchen wir. Vier brauchen wir. Oh, süß. Wenn ich deine Karkasse näher zu Rachel und eine epische Fotoschute mache. Ich weiß nicht, ob noch welche übrig sind. Nur da hin zurück und schauen wir, ob wir jetzt genügend haben. Ah, fünf braucht sie, oder? Muss sein. Wir haben vier gefunden. Ach. Okay. Dahinten waren wir noch nicht. Vielleicht sind wir hier. Da bin ich. Da ist noch eine Flasche. Maxt. Max. 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 Okay, geh zurück. Geh weiter zurück. Ich will diese Flasche aufheben. Noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Das war zu weit zurück. Max? So. Passt. Das war wohl jetzt wirklich die letzte, oder? Ja, das ist Nathan, oder? Der da redet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Bitte sagen wir, dass ich es geschafft habe. Ah, wir können ein Foto machen. Ich brauche, dass die Botteln raus sind, um mich zu holen. Ah, ja. Ich brauche die Botteln. Gut. Puh. Na, Gott sei Dank. Wir haben noch eine Errungenschaft freigesetzt. Wir machen lauter Fotos heute. Hey, es fällt Schnee. Yay. Können wir endlich aus einem blöden Albtraum raus? Nein, wir können jetzt nicht überspringen. Verdammt, wir hätten uns nicht hinsetzen dürfen. Jetzt muss ich mir noch so eine Filmsequenz anschauen. Made in Taiwan. Das finde ich lustig. Okay, das ist lustig. Das gebe ich zu. Wir sind in einer Schneekugel wahrscheinlich in... Nein. 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 Wie du hier bist der echte Künstler? Ich bin. Wenn du deine Mutter wohnst... Ich werde sie das wissen. Können wir ausstehen? Nein, wir müssen uns das anschauen. Hallo. Hey, Honey. Ich kenne diese Szene schon. Ich habe ein totales Déjà-vu. Ich habe diese Szene vorhin 300 Mal durchgespielt, um den blöden Vater zu retten. Und dann habe ich es noch einmal 20 Mal durchgespielt, um den Vater zu töten. Jetzt muss ich mich bei meinem Albtraum noch einmal einschauen. Boah. Das ist so richtig. Du bist dankbar für das irgendwann mal. Boah. Wo sind meine Künstler? Das ist ein Dollar für die Künstler. Du meinst dein College Fund? Künstler. Wo sind diese Künstler? Ein Dollar für die Künstler. Du hast mich verlassen. Aha. Ah. Du kannst mich nicht immer von mir abhauen. Jetzt schau dich nach unten. Lass dich nach unten. Lass mich nicht. Ich versuche nicht zu viel der Haus. Und kenne Chloe und Max, warum du dich in der Nähe. Hey Max. Bist du Chloe und Joyce von mir? Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich sterben hast. Ha! Finde ich gut. Sogar die SMS sind in meinem Albtraum. Hey, schau sie hat endlich gecheckt, dass es ein Albtraum ist. Naja, am ehesten bis du tot bist vielleicht. Ich denke, du wärst perfekt für meine neue Fotoserie auf Retro Grunge. Retro Grunge. Sie hat die gleichen Qualitäten, die ich in Rachel Amber am liebte. Aber nicht Max. Ah, sie ist ja doch an den Chesshausen verliebt. Oh Gott, ich weiß. Und sie hat sie nie abhauen. Ja, sie. Ich bin so über ihre Hipster-Bullshit. Ich denke, dass jeder in Blackwell über Max ist. Lass uns das prüfen. Booyah, Warren. Ich dachte, du war alles über Max. Sie ist nicht all das. Wer will, wenn sie mich nicht küsst? Oh, du solltest du sie sehen und mir in meinem Raum machen. Der Herr Berg ist eine Lange. Max sollte mich selber machen und schauen mit dir. Komm her. Ja, das passt hier. Ja, ich bin ganz nervös. Du hast eine sexy k погreße. Warum Du wirst mit Max, eh? Was ist sie? Das Beste. Und die ist wie mein persönliche Puppet. Ich behehr das. Du, willst du eine Party? Ich habe eine Droge-Stelle in meinem Raum. Können wir uns beenden? Oh, wir haben es überlebt. So, und jetzt? Können wir uns wieder bewegen? Yay! Freundlicherweise hat er keine eingeritzten Zahlen, so wie der letzte. Und es sind vier Zahlen. Okay. Hey, wir haben hier Zahlen stehen. Great. Die Zahlen sind alle über den Platz. Wie will ich den richtigen Code finden? 55,07. 55,07. 76,54. 55,43. Kann ich aufs Klo gehen? Ich meine, 55,07 habe ich innerhalb kürzester Zeit zweimal gesehen. Das könnten wir auf jeden Fall mal ausprobieren, sicherheitshalber. Da ist auch 56,07. Ah, habe ich irgendwas übersehen? Nein. Da gibt es nur das Tastenfeld. Wahrscheinlich ist es egal, was ich eingebe. Entweder passiert sowieso nie irgendetwas oder es passiert sofort etwas. Geben wir 55,07 an. Achso. Nein? Was nicht? Okay. Okay, das sind unterstrichene Zahlen. Wo haben wir denn unterstrichene? Da haben wir 39,27, 8,39,1, 56,81. 46,43 unterstrichen, da ist noch einmal 39 unterstrichen. Vielleicht sind mir einfach die Zahlen ausgegangen. Da ist auch eine Zahl, die ganz eingehendet ist. Ah, warte mal. Ach, ja wirklich. Seht ihr, das ist mir nicht aufgefallen, dass man nett von dir spielt, dass du das gesagt hast. Ah, da habe ich eine Zahl. 0,300, 311. Oder 11,30. Aber ich glaube, es ist, nachdem es im Spiegel ist, 0,311. Ah, warte mal. Nein? Ach Gott. Geschafft. Wir sind raus. Hey. You're going to take me away. So this is how Max gets her revenge on you. Why would you do that? Like I told you before. I know I'm not the best principal to you. We'll have to go without me. But you've been a great everyday hero. Max, I hope you can live with yourself after this time. Hey. Please don't let me die like that. So we can finally have our team session. Next. Who are you? Holy shit, are you cereal? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Max's you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers. What? What are you talking about? If you're yourself, did you do that too? That was not my decision. I tried to help. It wasn't my choice. I didn't ask you to rewind time. Stop playing innocent. You've left a trail of death behind you. You've even left that stalker Madsen killed Jefferson. That's sick. Yeah, of course. You're way more of a cold blooded killer than him or Nathan. Yeah, you're right. You're right. You're right. But at that point, it's clear to me that I'm going to turn back again. Once again. So to see, why should I protect you again? Okay. Not bad. Yeah, I'm not bad. I'm not bad. I'm not bad. You're just trying to hurt me. You're a goddamn hypocrite. Just look at the pain you've caused. That was not my fault, you son of a bitch. Right. Don't you dare talk about our mom that way. Huh. What about the craft that was your fault? Wait, wait. Let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe. You think she's worth all that? Good choice. We'll take the friendship. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for five years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework. So you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy her. Oh hell, speak of a devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we would do together this week. And you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After five years you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Okay. Super. Now we're going to be in this room. Oh god. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way. I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yep, yep. I'm fucking insane on the brain. Let's dance. This song fucking rules. Can't dance hippie? Come on. Rock out girl. Okay. Yo, turn it off. Turn it off. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. And this sir, Max. What the hell is this? Let's talk about your super power. Epic. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. Oh god. Welcome to American Rust. To my home away from hell. So. Kinder. I'll turn my YouTube thing up. Now. Max, you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also super sour. I agree.